Servus und Willkommen zu einer neuen Folge von Crafts the World. Ja, wir sind ja fleißig dabei, gerade alles schön zu machen. So, und mir ist einiges noch aufgefallen, was ich noch nicht getan habe, bzw. was ich noch gerne tun möchte. So, und da werden wir als allererstes mal, hopps, fertigen. Und zwar, wir brauchen aus dieser Abteilung... Oh, ähm, Seil habe ich noch, Wolle... Jawohl, habe ich. Dann werden wir das als erstes auch bauen. Vor Farmzaun. Das heißt, ich brauche jetzt bitte einmal Nägel. Ich brauche ein Blatt. Ich brauche ein Getreide. Ich brauche ein Brett. Ein Seil und noch ein Brett. Oh, dann haben wir mal wenigstens schon mal eins gebaut. So, ich muss jetzt warten, bis die Bretter fertig sind. Dann gucken wir mal, was wir noch alles haben. Holzstacheln habe ich schon. Einfacher Zaun. Ja, einfachen Zaun. Ein bisschen Holz. Haben wir das auch. Das ist immer gleich ein wenig Blockaden bauen, damit das nicht, ähm, zu schnell geht. Wenn die nächste Angriffswelle kommt, die kommt ja ungefähr in zwölf Minuten. Und dann, ähm, gucken wir mal. So, was man auch sehen kann, ihr seht zum Beispiel gerade, dieses Bett hier kann nicht genutzt werden. Denn diese Sternchen laufen einfach nur daneben. Und das ist das, was mir gerade absolut nicht gefällt. Das heißt, wir gehen jetzt hin. Äh, der müsste hier sein. Jawohl. So, das kann ich mal alles wegräumen. Ne, aber den stelle ich jetzt zum Beispiel hier hin. Und dann müsste auch dieses Bett für die, äh, Zwerge nutzbar sein. Also, es wird nicht als Haus mehr angesehen. Und das, wie gesagt, das kann man so vergrößern. Oh, ähm. Wir haben jetzt noch elf Minuten. Dann hätte ich gesagt, gehe ich mal hin. So, als allererstes und dafür, äh, für den Kommentar Dankeschön. Ähm, wenn man Steuerung drückt, hat man noch mal eine Reihe. Das heißt, ich gehe jetzt hin, ähm, lege hier mal Äpfel rein. Ich lege hier ein paar Zapfen rein. Ähm. Der Fischeintopf lege ich rein. Einen Grillfisch. Vier Stück. Vier Essen reicht normalerweise. So, und dann gehe ich nämlich, äh, dann hier hin. Und mache das Zauberlicht. Ja, wobei Portalzauber, Zauberlicht, Zauberwald und Tornzauber. Schau, das habe ich mal hier reingelegt. Gott. So, ausrüsten. Habe ich noch irgendwas Besseres, was ich dann hier verwenden kann? Ähm, Skelettkeule hat 17. Und Skelettseele wird auch 17. Rostige Skelettkeule hat 17. Der Koboldspeer hat 20. Und die Stahlkeule hat auch 20. Okay. So. Dann schauen wir mal. Das ist unser Bogenschützin. Der kriegt als erstes mal einen Hut auf. Und er kriegt eine Holzrüstung an. Das ist ein Schwimmer und ein Tischler. Das ist auch in Ordnung. So, dann haben wir hier einen Krieger. Äh, der Helm hat, äh, Rüstung 2. Der rostige Helm hat Rüstung 3. Okay. Gott. Klack. Dann haben wir hier die Holzrüstung mit Rüstung 4. Und die Liederrüstung mit Rüstung 9. So, Schuhe hat er auch schon. Dann müssen wir mal gucken. Die bringen nochmal Rüstung 5. Okay. Dann kriegst du auch nochmal gleich Schuhchen. Das Barfußgelaufe ist dann bei uns langsam, aber sicher dann doch vorbei. So. Dann, ähm, gehe ich jetzt nochmal komplett durch. Das ist ein Bogenschütze. Lüst. Du bist ein Bogenschütze. Ähm, klasse. Du bist Jäger und Bogenschütze. Das ist in Ordnung. Dann hätte ich gesagt, ähm, muss ich ganz schnell mal auf I gehen. Dankeschön. So. Die Schere. Die ist neu. Die werden wir jetzt dann auch brauchen. Werde ich mir auch gleich eine bauen. Beziehungsweise zwei. So. Und dann habe ich ehrlich gesagt, ähm, klack, klack, klack. Klack. So, dann, ähm, dadam, 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 dadam. Dann brauche ich jetzt aus dieser Abteilung hier, oh, ich brauche noch eine Falle. Das heißt, ich muss mir jetzt erst noch ein Schloss machen. Dankeschön. Dankeschön. Ähm. Dim, 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 dim. So, eine Falle. So, ich brauche dafür ein Blatt. Ich brauche dafür ein Getreide. Zwei Seile. Ich brauche dafür Holz. Ja. Und als letztes das Schloss. Gott. Wird das auch noch fertig gebaut? Ah, ja. Total. Toll. Vor lauter Begeisterung habe ich vergessen, das Gerüst mitzunehmen. Ah. Ah. Okay. So, dann hätte ich gesagt, drehen wir mal das hier um. Ähm, das heißt, ich muss... ne, ich mach's dann... ...wis noch nicht. So, hab ich denn... Hab ich denn, hab ich denn, hab ich denn, hab ich denn? Ja, ich hab noch eine Lampe. Kommst du da hin? Das war immer noch zu Wachs. Ich glaube, ich hab ein Zwerge verloren. Das beim letzten Mal. Weiß ich schon gar nicht mehr. Peinlich, peinlich. Ausrüsten. Gucken. Ein Schwimmer. Okay. Aber mein Bogen ist fertig. Das heißt, du bekommst jetzt den... ...Bogen. Und du bekommst jetzt dann noch den Handschuh. Für den Bogen schützen dazu. Du bist ein Tischler. Du bist ein Krieger. Du bist auch ein Tischler. Okay, wenn's du... ...dann kriegst du aber auch die Stahlkeule. Okay, dann haben wir hier auch wieder einen... ...Bogenschützen. Dann bekommst du auch diesen Handschuh. Dann hab ich hier einen Koch. Noch einen Koch. ...Bogenschützen. Jawohl, dann kriegst du auch wieder einen Handschuh. Ein Bergarbeiter. Ein Schwimmer. Buch des Schmieds wäre noch nicht schlecht gewesen. ...Hab ich denn einen Holzfäller. Jawohl. Den hier. Dann kriegst du eine Säge. Dann ist das schon... Dann hat er schon jetzt... ...Wie seht, äh... ...bisschen Steigerung. Ähm... ...Hab ich denn einen Fischer? Ja, Fischer und Tischler. Ähm... ...Eger, Koch. So, dann hätte ich gesagt... Ähm... ...Kletterer, Kochbuch, Tischler, Magier, Holzfäller... ...Okay, haben wir alles nicht. Das heißt, bei der nächsten Nacht... ...wird es sowieso lustig. Dann können wir schon mal anfangen, das Zeug zu holen. So, der ist fleißig beim Bretterbasteln. Das heißt, ähm... ...ich müsste eigentlich... ...ja... ...muss noch mal Nägel machen. Nägel mit Köpfen. Denn ich brauche noch vier. Gott. ...mehr Holzbretter. Dankeschön. Genau. Hau mal da drauf. Eins, zwei... So. Das wird noch mal eine kleine Barriere. So, und dann habe ich jetzt dann Holzstacheln. Den nehme ich gleich mit. Und ich habe einen einfachen Zaun. So, die Holzstacheln kommen dann hier hin. Den Zaun stelle ich hier hin. Das kann ich wegmachen. Dann müsste ich hier noch eine Fackel hinstellen. Da ist da kein Schmarrn mehr wächst. Okay. Fertig. Wie viele Bretter habe ich denn jetzt wieder? Drei. Warten wir mal. Der hat nämlich wieder was im Gepäck. Das Schöne ist ja, man landet ja bei dem Spiel immer wieder was Neues dazu. So, jetzt ist nur die Frage. Habe ich hier irgendwo... Ich weiß, dass ich doch noch irgendwo ein Gebiet hatte, wo noch einer war. Ja, da werden wir... So, dann muss ich jetzt mal schnell gucken. Ich bin da gerade beim Mehl herstellen. Aber ich glaube, ich kann noch kein Brot backen. Anforderung Küche. Okay. Das heißt jetzt aber... Ich ersetze dich mal hinten. Null. Soweit, so fertig. Dann kommt hier auch gleich das Sand weg. Machen wir mal ein wenig schneller. Brauchen wir nicht extra lang warten. Wobei ich schon mittlerweile gemerkt habe, dass das viel angenehmer ist, dann doch ein wenig langsamer zu spielen. Weil man dann mehr Übersicht hat, was man gerade dabei tut. In sechs Minuten kommt die Welle. Ich bin mir zwar sowieso schon jetzt schon sicher, dass sie von der Seite kommt. Ist aber kein Problem. Beziehungsweise nein. Sander setzen. geht etwas besser drauf mit dem also wenn ihr schaut dass er versucht so schnell wie möglich diese zeile hier zu kriegen die sind einfach nur genial jetzt bin ich gerade mal überlegen aber das ist das war super gemacht jungs wie baue ich einen berg ein zwerg ein einen berg ein ja genau dort brauchen wir dahin bitte danke jedes mal wenn ich das gleich brauche wächst irgend so ein schrott so ich habe jetzt schon mal zwei drei und das war über vier das heißt mir fehlt mal wieder ein seil dafür brauche ich eine wolle sehr schön haben wir in der hinsicht denn schon alles ja haben wir das heißt ich brauche es eigentlich noch das da ein fester rucksack eine metalltruhe was kann in die metalltruhe ja ich habe noch nicht so ganz rausgefunden für was die metalltruhen gut sind wäre natürlich genial wenn man sagen kann okay ich stelle hier ist eine metalltruhe hin und dann legen die das rein und müssen nicht extra nach oben rennen das wenn man das wäre doch cool aber so habe ich bis jetzt noch nicht so rausgefunden ja vielleicht kommt es noch okay so dann heißt es jetzt das kann weg so das heißt jetzt aber ich muss jetzt vier zäune habe ich noch einen so bevor jetzt aber gleich die welle anrückt nein ich muss das leider woanders hin machen und zwar nene zwerg du kannst hier bleiben dann kommt das da weg das sieht schon wie das regnen an man 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 hier ist aber nur schönes wetter so auch hier eine fackel und dann kommt hier die erde hin so und dann habe ich jetzt aber noch eine 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 gerät eine falle dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020